Mit dieser epischen Musik und diesem süßen Hintergrund will ich euch willkommen heißen zu meinem Osterspecial und jetzt einfach einmal ein kleines Tyrrrö an euch alle. Wir haben Ostern und das Ganze muss gefeiert werden, deswegen habe ich mir das wohl beste Spiel auf dieser ganzen Welt ausgesucht, nämlich Hopp Don't Stopp. Das passt doch perfekt, ein Hase, mit dem wir durch die Welt rennen müssen und das Ganze als Aufnahme verpackt. Ich will einfach nur Danke sagen für die coole Zeit und dort feiern wir natürlich auch Ostern mit diesem, naja, sehr merkwürdigen Game und naja, es ist traurig, wir sind gestorben. Eigentlich ist ja dieses Spiel totaler Schwachsinn, aber irgendwie habe ich mir gedacht, Mensch Finn, du musst das aufnehmen. Ostern ist eigentlich ein recht großer Feiertag, da sollte man auch ein bisschen Spaß haben und ja, wir spielen einfach dieses witzige Spiel und hier müssen wir drüber springen. Wir tun jetzt natürlich richtig zwei Haaren, wie immer und überall, oh Gott, ausweichen. Und wir sind ja nicht nochmals so schlecht. Wir biegen jetzt einfach dort links auf, das ist sicher der richtige Weg. Und naja, wir sind schon wieder tot. Ich will eigentlich gar nicht zu diesem Spiel etwas sagen, ich will einfach nur, wollte einfach ein Ostern-Special, ein kleines raushauen. Und ich finde einfach, das ist die perfekte Art, euch einfach frohe Ostern zu wünschen. Habt ihr tolle Osterferien? Wie waren sie für euch bei uns in Österreich? Enden sie auch jetzt dann bald mal? Deswegen werde ich mich, ich bin jetzt zur Zeit im Urlaub, auch schon auf dem Weg nach Hause begeben. Und, und, ich weiß auch nicht, wie meine Ferien gerade sind, weil das Video ja im Voraus aufgenommen ist. Aber das ist eigentlich auch gar nicht so wichtig. Mich würde einfach interessieren, wie ihr so, was ihr so in den Ferien gemacht habt. Also schreibt da mal in die Kommentare und, ja, das war es einfach eigentlich von diesem Video. Ich werde jetzt noch einen Versuch machen. Ich will jetzt den Highscore aufstellen. Also konzentrieren wir uns. Wir müssen jetzt einfach mal nach links abbiegen, ein paar Smaragde einsammeln, hochspringen, drüber springen und noch weiter. Ich fühle mich gerade auch ein bisschen dumm, wenn ich das Spiel spiele. Aber, das bin ich doch gerne für euch. Das mache ich nur für euch. Gott, das ist ja richtig schwierig. Wir müssen uns konzentrieren. Konzentrated, ich finde, fand. Gott. Aber wir sind, glaube ich, nicht schlecht dabei. Ein neuer Highscore ist auf jeden Fall drin. Wenn wir uns jetzt nicht doof spielen, dann ist das wahrscheinlich sogar der Weltrekord. Weil ich glaube, das Spiel spielen nicht allzu viele Freunde, Freunde oder Menschen. Ausweichen. Und eine Karotte. Wir haben eine Karotte eingesammelt. Ich weiß nicht, was sie bringt, aber die ist sicher gut. Und immer weiter geradeaus. Wir sind gerade richtig gut dabei. Das freut mich. Außerdem will ich noch ganz kurz Danke sagen für die 7.000 Klicks. Die habe ich genau an dem Tag geknackt, an dem ich gerade aufnehme. Ich könnte es sein, dass wir schon deutlich mehr haben. Aber es ist eine coole Zahl. Ich wollte mich einfach mal grob dafür bedanken. Und wir versuchen jetzt einfach mal weiterzukommen. Und das dauert gerade ziemlich lang. Hilfe, wir sind hier richtig gut. Oh Gott. So langsam habe ich das Spiel aber so richtig raus. Ich wollte ja schon immer gut in diesem Spiel sein. Ausweichen. Aber ich finde, das Hintergrund lädt das Bust zu diesem Spiel. Das ist genauso süß wie dieser Hase. Der ist doch mega süß. Wir können es doch nicht anders sagen. Und ich will auch noch ganz kurz sagen, diese Aufnahme, die lenkt nichts, sondern es liegt an dem Spiel. Das hängt ein bisschen herum. Das liegt einfach daran, weil es das weltbeste Spiel des Jahres ist. Und solche Spiele dürfen natürlich auch herumhängen. Das ist natürlich keine Frage. Und das... Mist, was war das? Da sind wir gestorben. Aber ich glaube, das war ein neuer Rekord. Und jetzt sage ich einfach noch zum Schluss. Frohe Weihnachten. Das war falsch. Ich meine natürlich frohe Ostern und ich verabschiede mich jetzt mit einem kräftigen Töööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Bis zum nächsten Mal.